Hören Teil 1 Lies jetzt Aufgabe 1 Lies jetzt Aufgabe 1 Lies jetzt Aufgabe 2 Ihr ist Radio München. Guten Morgen allerseits. Nach diesem fantastischen Wochenende wünsche ich euch allen einen wunderschönen Montagmorgen. Wir hatten am Samstag und Sonntag volles Programm, Konzerte, Theatervorstellungen und viele interessante Filme in den Kinos. Außerdem haben wir im Rockclub verschiedene neue Bands vorgestellt. So, und nun geht es weiter, natürlich mit Musik. Hier ist Radio München. Guten Morgen allerseits. Nach diesem fantastischen Wochenende wünsche ich euch allen einen wunderschönen Montagmorgen. Wir hatten am Samstag und Sonntag volles Programm, Konzerte, Theatervorstellungen und viele interessante Filme in den Kinos. Außerdem haben wir im Rockclub verschiedene neue Bands vorgestellt. So, und nun geht es weiter, natürlich mit Musik. Lies jetzt Aufgabe 3 So, haben wir jetzt alles? Dann mache ich die Rechnung. Der Bleistift kostet 80, falsch, 90 Cent. Der Kugelschreiber kostet 2,90 Euro und die vier Farbstifte kosten das Stück 80 Cent, insgesamt, insgesamt also 3,20 Euro. Was hast du noch? Zwei Radiergummis, das Stück 1,10 Euro macht 2,20 Euro und das Notizbuch 5,50 Euro. Das macht zusammen 14,70 Euro. So, haben wir jetzt alles? Dann mache ich die Rechnung. Der Bleistift kostet 80, falsch, 90 Cent. Der Kugelschreiber kostet 2,90 Euro und die vier Farbstifte kosten das Stück 80 Cent, insgesamt, insgesamt, also 3,20 Euro. Was hast du noch? Zwei Radiergummis, das Stück 1,10 Euro macht 2,20 Euro und das Notizbuch 5,50 Euro. Das macht zusammen 14,70 Euro. Lies jetzt Aufgabe 4 Hallo Markus, hier spricht Mama. Leider muss ich heute länger im Büro bleiben. Ich habe wichtige Arbeit, die erledigt werden muss. Bitte hol deinen Bruder um 17,30 Uhr vom Fußballtraining ab. Du weißt doch, Andreas hat Angst, alleine nach Hause zu kommen und ich kann niemanden von den anderen Eltern erreichen. Vati kommt gegen 18,00 Uhr von der Arbeit und ich bin spätestens um 18,30 Uhr auch zu Hause. Bis dann. Hallo Markus, hier spricht Mama. Leider muss ich heute länger im Büro bleiben. Ich habe wichtige Arbeit, die erledigt werden muss. Bitte hol deinen Bruder um 17,30 Uhr vom Fußballtraining ab. Du weißt doch, Andreas hat Angst, alleine nach Hause zu kommen und ich kann niemanden von den anderen Eltern erreichen. Vati kommt gegen 18,00 Uhr von der Arbeit und ich bin spätestens um 18,30 Uhr auch zu Hause. Bis dann. Lies jetzt Aufgabe 5 Achtung Autofahrer! Wegen dringender Reparaturarbeiten bleibt die Rheinstraße zwischen Goethe und Schillerstraße bis übermorgen gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Nur im Norden Regen bei 15 Grad, sonst meist sonnig und warm, im Süden sehr warm mit Tageshöchsttemperaturen um 28 Grad. Achtung Autofahrer! Achtung Autofahrer! Wegen dringender Reparaturarbeiten bleibt die Rheinstraße zwischen Goethe und Schillerstraße bis übermorgen gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Nur im Norden Regen bei 15 Grad, sonst meist sonnig und warm, im Süden sehr warm mit Tageshöchsttemperaturen um 28 Grad. Ende Teil 1 Hören Teil 2 Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text einmal. Was kommt in den Koffer? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Ralf, komm, lass uns überlegen, was wir und die Kinder mitnehmen. In drei Tagen beginnen ja die Sommerferien. Da müssen wir unsere Koffer packen. Ja, Erika, du hast recht. Wir sollten unsere Koffer nicht erst einen Tag vor der Abreise packen. Also, ich möchte meine kurze Hose mitnehmen. Das Wetter wird ja in Spanien wie immer schön sein. Und ich mein schwarzes Kleid. Und Anna hat gesagt, sie braucht ihren Bikini. Sie möchte jeden Tag schwimmen gehen. Und die Jungs? Markus möchte unbedingt seine Flipflops. Aber was ist mit Jürgen und Udo? Jürgen will sicher sein kariertes Hemd einpacken. Udo? Hm, Udo? Ich weiß nicht mehr. Was wollte er denn mitnehmen? Sein grünes und sein gelbes T-Shirt? Aber nein. Udo wollte sein weißes und sein rotes T-Shirt mitnehmen. Ach ja. Wir dürfen auch die Strandsachen und die MP3-CD für unterwegs nicht vergessen. Es wird ja eine lange Fahrt bis Toro Molinos. Was brauchen wir sonst noch? Haben wir an alles gedacht? Ich glaube, wir haben alles. Guten Tag. Was hättest du denn gern? Ich hätte gern einen Traubensaft. Oh, das tut mir leid. Ich habe keinen Traubensaft mehr. Möchtest du vielleicht einen Orangensaft? Nein, danke. Haben Sie vielleicht einen Apfelsaft? Ja, Apfelsaft habe ich noch. Die Flasche 59 Cent. Prima. Dankeschön. Lies jetzt Aufgabe 12. Hallo Rainer. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Doch, es geht mir schon gut. Ich schreibe bloß diese blöde Mathearbeit und habe noch gar nichts gelernt. Das ist doch nicht so schlimm. Wann schreibst du denn die Arbeit? Am Freitag. Also in drei Tagen. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Ich kann Mittwoch bei dir vorbeikommen. Was hältst du davon? Am Mittwoch kann ich nicht. Da habe ich Fußballtraining. Ich habe auch am Donnerstag Zeit. Passt es dir denn besser? Super. Am Donnerstag habe auch ich Zeit. Lies jetzt Aufgabe 13. Hallo Klaus. Wie geht es dir? Es geht so. Eigentlich nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen. Möchtest du einen Sirup, Halstabletten oder einen leckeren Tee? Wozu raten Sie mir? Probier erstmal den Tee. Und wenn es dir nach einem Tag nicht besser geht, nimmst du dann den Sirup und die Halstabletten. Lies jetzt Aufgabe 14. Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Hast du Lust? Klar. Kein Problem. Läuft was Gutes? Ja. Um 18 Uhr läuft im Tivoli ein super Film. Hast du dann Zeit? Leider kann ich nicht um 18 Uhr. Aber wir können sicher auch um 20 Uhr ins Kino gehen. Was meinst du? Ja, das geht. Okay. Wir treffen uns um Viertel vor 8 am Tivoli. Lies jetzt Aufgabe 15. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Hans. Möchtest du außer Brot noch etwas? Ich nehme heute kein Brot. Ich hätte gern 5 Brötchen und für Dienstag möchte ich einen Apfelkuchen bestellen. Geht das? Das ist kein Problem, Hans. Bitte schön. Macht 50 Cent. Hier, bitte. Danke und auf Wiedersehen. Ende Teil 3 Hören Teil 4 Lies jetzt die Aufgaben. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Radiosendung für Jugendliche. Heute haben wir Sandra zu Gast. Sandra kommt aus Deutschland und lebt jetzt in Italien. Wie lange lebst du schon in Italien, Sandra? Ich wollte schon als Kind im Ausland leben und jetzt bin ich seit einem Jahr in Italien. Es ist sehr schön da. Was hat dich denn nach Italien geführt? Wissen Sie, mein Vater ist Deutschlehrer und hat einen gut bezahlten Job in Rom angeboten bekommen. Da haben wir nicht lange überlegt. In welche Klasse gehst du jetzt? Letztes Jahr bin ich noch in Deutschland in die Schule gegangen und zwar in die 7. Klasse. Dieses Jahr gehe ich in die 8. Klasse, aber natürlich in Italien. Du hast also kein Jahr verloren, obwohl du kein Italienisch konntest? Nein, ich besuche eine Europaschule. Da findet der Unterricht auf Englisch statt. Und inzwischen spreche ich auch ziemlich gut Italienisch. Wie findest du die Sprache? Schön. Hast du auch schon Freunde? Ich bin so froh. Vom ersten Moment an hatte ich Freunde, die sehr hilfsbereit waren, mir beim Einleben zu helfen. Meine besten Freunde sind Salvatore und Maria. Die zwei sind immer für mich da. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also, ich habe vor, in Italien zu bleiben. Mein Vater hat eine gute Arbeitsstelle und ich finde Italien super. Das Essen, das Wetter und die Menschen dort finde ich einfach toll. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück. Danke schön. Und nun geht es weiter mit Musik. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Radiosendung für Jugendliche. Heute haben wir Sandra zu Gast. Sandra kommt aus Deutschland und lebt jetzt in Italien. Wie lange lebst du schon in Italien, Sandra? Ich wollte schon als Kind im Ausland leben und jetzt bin ich seit einem Jahr in Italien. Es ist sehr schön da. Was hat dich denn nach Italien geführt? Wissen Sie, mein Vater ist Deutschlehrer und hat einen gut bezahlten Job in Rom angeboten bekommen. Da haben wir nicht lange überlegt. In welche Klasse gehst du jetzt? Letztes Jahr bin ich noch in Deutschland in die Schule gegangen und zwar in die siebte Klasse. Dieses Jahr gehe ich in die achte Klasse, aber natürlich in Italien. Du hast also kein Jahr verloren, obwohl du kein Italienisch konntest? Nein, ich besuche eine Europaschule. Da findet der Unterricht auf Englisch statt. Und inzwischen spreche ich auch ziemlich gut Italienisch. Wie findest du die Sprache? Schön. Hast du auch schon Freunde? Ich bin so froh. Vom ersten Moment an hatte ich Freunde, die sehr hilfsbereit waren, mir beim Einleben zu helfen. Meine besten Freunde sind Salvatore und Maria. Die zwei sind immer für mich da. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also, ich habe vor, in Italien zu bleiben. Mein Vater hat eine gute Arbeitsstelle und ich finde Italien super. Das Essen, das Wetter und die Menschen dort finde ich einfach toll. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück. Dankeschön. Und nun geht es weiter mit Musik. » Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.